so mit dem headset funktioniert wieder alles oder hört sich das gut an und so ja alles wieder gut ja sonst hätte meine augen weiter keinen sinn gemacht wir haben genug folgen ich glaube die jetzt hier rauskommen sind wir mittlerweile sogar im juni und zwar und ich bringe gta täglich genau einladungen sind raus und da geht es heute nicht so auf dem kopf stehst gar nichts das habe ich aber auch gehört gerade statt das wäre auch nicht gewesen lebens kann jetzt besser jetzt wieder okay dann ist es irgendwo in den wackelkontakt in der playstation selber auch man ich muss man das jetzt in der kontrolle kaufen in der playstation ja er in dem usb port wahrscheinlich befürchte ich das sagen weil ich habe das jetzt gerade mal kurz gerockert in die knack habe ich auch gerade gehört und dann ging es wieder ja wie gesagt kann sein dass man an der kläste schon was das hat sowieso nicht an der bestätigung was ist ich muss ja mal neues kaufen wenn man wieder ein bisschen mehr kohle da ist kenne ich das ist halt momentan schwierig ich fühle mit dir wenn ich starten kann sagt er ja wir starten bereit ist aber dann überhaupt als erstes jetzt also wie gesagt überlebenskampf ist klar fabriken nirgendwo ab okay diese fabrik wurde ja schon mal gefunden es gibt tatsächlich sehr viele ort in gta die man auch in wille wieder können klar paar sachen fehlen paar sachen sind da aber gut ich weiß nicht dass man mal gesehen da beim sacher sahen beim grunk als sie das mal gebracht haben die war der kurze vor der ley und haben die sich angeguckt und da gibt es teilweise echt viele punkte auch in der wogeben von dem beat wo du wo die punkte wieder kippt so hier gibt es eine tolle kiste wo ich mich gerne mal reinstecken würde die gott mich mir ja habe ich auch patent drauf ich muss ja gerade gucken wo sie ist ich bin blöd sag ich nur ich überlebenskampf und ich versuche erst was ich versuche das mag ich auch zu fallen was sie dann vertiebt jetzt mit danke ja ich sehe dass die frauen bei mir haben wir zwei neue sind auch und ich glaube das ist tatsächlich sogar unsere erste überleben kann ich mir sogar zu spülen ich habe es jetzt noch mal so zu zweit oder dritt gemacht dass die baby kennt ihr meine kiste und erst mal die ganzen kopf sagen gelaufen ich bin einfach mal mit baby der kiste hier marco ist es mir ich mache es ja schon wieder küsse aber was wir sind immer da auf der anderen seite kann das sein alle bei mir hier oben ist doch gut da muss ich wieder aufpassen weil genau muss ich wieder aufpassen weil die kopter und so kommen ja ich weiß ja da kennen wir haben das bestimmt noch platz in der kiste das ist das förderband das ist natürlich nicht gut dass wir da oh mein gott das ist das ist das ist das ist das ist und danke oder hier oder punkt einfach auftauchen ich bin freiwillig vorgegangen eigentlich war ja auch mal so ein müllcontainer wo man sich auch noch unter rein ich habe hier alles gut ich habe es beobachtet weil ich habe nicht gekriegt der müllcontainer ist auf der anderen map der sind aber auch mal einer ganz am anfang war hier meine jetzt fahrbar und bei verarbeitet ist der drin in der fabrik da habe ich aber auch mal einer kreft ok ganz am anfang ich kenne nur einer der ersten überlebenskämpfe die ich mal gemacht habe hier so ist gerade nur gucken hier steht über den zimmer einmal jetzt ist es aber voll kommt man da kommt ja nichts so 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 ich hab mal auto jetzt kommt aber auch viel es kommen sich hier wieder schrot sehr gut die idee habe ich mich gerade auch kurz vorzugehen immer ein märz ddr so dazu denn die die meisten glaube ich zwölf und ich hatte neun also jetzt hast du schon drei und zwei runden zwölf und freundlich ja gut okay ich hätte es wohl was trinken das ganze klinge im überlebenskampf das ist gut hier oben hier bleibe ich oh gott jetzt kommt meli ja sehen aber nicht kriegen daran noch nicht ach da ist das schütze raus und ich bin tot kann aber es kann auch der pilot gewesen sein warum pilot ist auf einem fleck ja ja bei mir hier vorne alle die liege alle aufeinander naja die ganze ecke hier sofort voll dass ich noch auch immer einer ja da steht zwei habe sie beide ich kann mein kämpfer beobachten ich kann jetzt immer weiter rauszoomen und da hinten rennt eine karten berg ja ich hab den schon gesehen nur zu spät markus ist einfach im container der ist auf dem container um ja ich weiß auch wo der steht der ist ja nicht ganz so schlecht der punkt da auf bei mir war ja ja oder aus ich habe auf und im normalerweise auf und ja nein ich habe noch gesehen direkt steht hier unten bei mir wo ich gestorben bin grad wieder einer wer aber ich habe auch eine gute ecke gehabt aber abgesehen davon also dass sich die alle data bieger und das war es aber auch nicht dauerhaft sehr härter die welle umso zurückgezogen spiel zu dann gehe ich wieder da hinten hin jetzt wollen wir auf der anderen seite siehst hab ihn die müsste glaube ich wieder eine übernächste welle kommen oder so nix oder übernächste so jetzt kommen sie wieder bei mir wie viele ach du scheiße jetzt immer ich auch sagt oh alter glück gehabt dass er dir noch mitgenommen mit dem vorschlag hier links von mir spawns jetzt bei mir jetzt bei uns aber auch gerade offenweise ich kann nicht durch das ding erschießen wie dumm ist das denn ich höre ich das denn wo ein auto Warum kann ich da nicht durchschießen, wie dumm ist das? Ich rede von Yvonne, ich rede von Yvonne. Ich rede von Yvonne, ich rede von Yvonne, ich rede von Yvonne. Ich rede von Yvonne, ich rede von Yvonne, ich rede von Yvonne. 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 Er ist ein Bus. Und was habe ich auf jeden Fall auf Anzahlen im Weg? Ja, ich habe einen getroffen. Ich schau mir mal den Transporter eben kurz. Über dir. Oh, voll ins Gesicht. Ja, Yvonne mag das so. Der ist ja der langer gefahren. Yvonne mag das so. Yvonne mag das so. Du musst jetzt auch klettert suchen, wie hinten. Jetzt ist er ja klar, oder? Warum sagt eigentlich Yvonne die ganze Zeit nie was? Er hat doch schon Autsch gesagt. Ja, das ist halt dieser eine Moment, wo die Frau dann Autsch sagt. Das ist halt so. Das ist immer der erste Moment, wenn es dann weh tut. Ja. Wenn sie merkt, wie groß er ist. Oh, der ist tot, jawohl. So, der letzte ist hier bei mir. Jetzt haben wir ihn. Das ist wieder Welle 6. Ich hab einen. Ja, aber du bist aber auch relativ früh verreckt. Die Runde hat er kaum begonnen, habe ich gesagt schon tot gewesen. Alles wird neuer Tag gemacht. Scheiße. Das krieg ich nicht mehr. Jetzt hab ich noch. Alles gut. Falsche Waffe. Der ganze Haufen ist jetzt bei mir hier. Heli. Hab ich gleich. Oder auch nicht, weil ich gleich sterbe. Geil. Ich hab einen Tode. Heli down. Pilot raus. Aber da muss noch immer einer bei euch sein. Ja. Ich bin aber auch tot. Scheiße. Ja, der kommt da rüber. Wie viel wieder einen gibt's da eigentlich? Hä? Wie viel wieder einen gibt's da eigentlich? Zehn. Zehn. Ja. Und wenn du gewinnst, kriegst du 20.000. Oh, nicht. Der ist irgendwo da hinten auf der anderen Seite. Der hier, ich krieg ihn von hier nicht. Ja, der ist bei Bifi. Wie wollen wir jetzt jetzt mal die Ausbauste Unterstützung? Oh, drüber. Ja, ich komm mich mal auf zu meinem Versteck aus. Die schießt die ganze gegen den Eisenpfosten. Ja, es ist. Ich komm mal ein bisschen mit rüber. Ich gucke mal, ob ich mir das sehr helfen kann. Bist du denn der Heli jetzt wieder hin? Nee, der Penny. Äh, Bibi. Ja, das ist. Bibi. Ich sitze gleich um. Scheiße. Ich war bis alleine. Ja, ich weiß. Wrecking. Bindeln. 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 Nicht du, der Bulle. Bindeln. Bindeln. Aber der hält aus, ey. Jetzt geh mir doch auf den Sack. Bindeln. 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 so weg sind dann die handels die zwei sind nur die beiden wo ist er diese ganzen blutflecken da wurden halt wir sind wieder drin wie geht aber der marke sitzt immer noch da an der wand mobs der mir die panzer weg ich dachte die bleibt da trotzdem will ich noch ich musste mich aber komplett nicht bewahrt ziemlich weit am boden und ich bin tot wollte gerade mein versteck in das porten mit ist direkt neben mir doch scheiße wir sind wir lachen aber es geht ab heute zwei von hinten durch genossen ja nicht geil wenn ihr so einen schaft in den arsch geschoben jetzt wollte er mich kein punkt wo ich mich hier ist vielleicht da hinten sitzt ja an dem auto und man kriegt ja von hier schon mal nicht die schnelle bei baby dahinten zumindest die drei jetzt scheiße weil ich ja so super und ich sehe die alle und ich krieg die aber nicht betroffen so viel zu ich habe mich dabei ja ich stehe jetzt ja ach du scheiße ich bin gerade auf 100.000 keine chance es ging so viele schade 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 sch No.